Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica und ich habe keinen Plan mehr wo ich stehen geblieben bin. So, das war schon mal die freundliche Ankündigung. Ich habe, ich muss jetzt mal gucken was ich alles überhaupt besitze. Das da haben wir, so was haben wir. Aufzeichnungen, Tagsweihöhte Strahlungswerte. Ja, das ist toll. Ich muss erst einmal wieder gucken was ich hier Achso, ja, haben wir noch nicht gemacht. Ja, dann, ich dachte ich hätte schon viel mehr. Reparaturwechsel, genau. Das wollte ich ja erst einmal machen. Reparaturwechsel. Genau, Titan haben wir. Hey, wo haben wir denn unser Titan? Wo haben wir das denn? Ach, da. Ja, okay. Quatsch. So. Ähm, brauchen wir noch Höhlenschweife und Silikongummi. Genau, das haben wir bestimmt irgendwo bekommen. Äh, wir sind bewaffnet mit unserem Feuerlöscher, äh, den wir jetzt nicht brauchen im Wasser. Weil im Wasser brennt ja bekanntlich nichts, ne? Okay. Äh, haben wir denn noch Wasser? Ja, wir haben noch ein bisschen Wasser. So, mal gucken, wie wir das herstellen. Ist vielleicht auch erst einmal wichtiger. Chlorbleiche. Äh, ja, komm, wir gehen erst einmal wieder hoch. So, wieder rein. Hm. Dann gucken wir mal, ne? Was ist das da? Äh. Kann man das irgendwie, sieht so komisch aus. Das sieht sehr eigenartig aus. Besteht aus mehreren Organismen in Symbiose Lebenszyklus unbekannt. Ah, ja. Ah, ja. Genau. Ähm. Okay. Egal, komm rein mit dir. Ah, ja. Ich weiß nämlich nicht, ob man das wirklich gebrochen kann. Wir gucken einfach mal weiter. Ach so, können wir uns einen Fisch fangen? Hey, da war doch eben gerade irgendwas mit Fisch. Das war den, den ich betatschen konnte oder so. Ähm, ja. Oh. Schrott. Immer gut. Na, 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 komm, lasst, lasst uns erstmal Schrott sammeln und atmen. Ach, du Scheiße. Was war das denn gerade? Da schwimmt er mir ja entgegen ums Explodieren, alles klar. Finde ich ja auch lustig. Ich glaube, in die Höhle sollten wir erstmal nicht schwangen. Oder in die Höhle da. Äh, nee. Das lassen wir vielleicht erstmal lieber. Ist vielleicht gesünder. Lasst uns erst einmal nach was anderem suchen. Nach Schrott oder sowas. Höhlen können wir später mal noch. Oh, da liegt was ganz Großes. Ja, schon mal in die Oberfläche. Na, immerhin kommt geworden. Oh, wir sind ja schon fast an, an dem Ding da. Oh, 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 oh. Achso, da wollte ich. Ja, hier liegt aber eine Menge Schrott. Das ist gut. Oder Müll. Nee, ist sogar was dabei, was man, bleh, brauchen könnte. Nee, hier ja schon mal nicht. Hier auch nicht. Gravitationsfallenfragment. Kann man das irgendwie gebrauchen? Ne, irgendwie nicht. Erstmal wieder hoch. Und vielleicht sollten wir erstmal auch mal ein bisschen was trinken. Das ist jetzt so nicht der Plan gewesen. Das sind doch Cargoboxen. Kann man die denn nicht irgendwie betüdeln? Also sprich aufmachen und mitnehmen, was da drin ist. Das wäre nämlich sehr hilfreich. Richtig gute Cargoboxen würde ich mal behaupten. Das können wir auch nicht mitnehmen. Hä? Warum können wir das nicht mitnehmen? So. Ich habe echt keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich habe echt keine Ahnung, warum das nicht geht. Ja, Oxygen ist in Ordnung. Hier. 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 Äh, so, wo war es? Da war leider. Na komm. Hallo. Ja, jetzt bekommen wir wieder Methan. Äh, Titan. Ja, Methan, ne? Hm. Genau. Geräte. Wasserdichter Behälter. Nee. Persönliches. Ausrüstung. Standard Tauchflasche. Feuerlöscher. Leitung. Schwimmende Luftpumpe. Ein Schirmendes Gerät, das Luft in Leitung pumpt, dient euch Datum für ein Leitungssystem. Aha. Sauerstoffgemisch, komprimierte Atemluft. Ja, es könnte besser sein. Ah, jetzt haben wir... Ah ja. Ah ja, genau. Mit höherer Kapazität brauchen wir einmal die Standard Tauchflasche. Glas und Titan und Silbererz. Mhm. Scanner. Ah, was wir alles noch brauchen, ne? Schlingenpflanzen... Pflanzenbüschel... Ach, das bekommen wir aus Salz und Röhren... Korallenproben. Ah ja. Alles klar. Kommen wir da ran. Das würde ich gerne mal wissen, wie wir da rankommen. So. So. Hm. Also, da geht's auf jeden Fall tiefer. Da möchte ich ehrlich gesagt noch nicht so hin. Ähm. Ähm. Ja. Wollen wir doch erstmal ein paar... Ein paar von... Da ist 30 Sekunden Sauerstoff übrig. Ah ja. So. So. Ähm. Ja, ihr seht's. Ich bin planlos. Ah ja. Ein lustiges Tier. So. Aber da geht's auch tiefer, ne? Oh, da liegt... Achso, da ist unser Behälter. Ah ja. Okay. Ähm. So. Hui. Äh, den... Kann man den nicht irgendwo hinschmeißen? Also, hier so. Natürlich kann... Der kann nur im Wasser platziert werden, weißt du? Das ist so ein Mist. Ding. Oh. Weg mit dir. Ja. So, jetzt haben wir ein paar davon. Können wir damit auch was anfangen? Okay. Ausrüstung. Ne, damit können wir noch nichts anfangen. Nahrung. Wasser. Ach, Chlorblech. Wo bekommen wir... Äh. Ding ist das aber auch, ne? Also, ja. Sonst kann man damit nichts machen. Vielleicht muss man doch was machen können. Mensch. Das da. So. Ähm. Ja. Naja, aber, äh, ich möchte mal behaupten, das war's dann mal wieder für die Folge. Ich hoffe, euch hat's trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Bye, bye. Danke. Tschüss.